Ich würde sagen... Neues Spiel... So, wir spielen! Wir spielen in Schwer! Komm, wir spielen in Schwer! Wenn schon, dann richtig! Für was entscheiden wir uns? Wir wählen... Dann... Okay... Street Kid... Street Kid... Street Kid... Eigentlich am sympathischsten Normaler... Street Kid... So... Und dann würde ich sagen... Wir fangen mal an mit unserem Avatar, den zu erstellen... Natürlich... Männlich... Das muss sein... Erste Mal... Ich bin V... Ich bin V... Okay... Rotfarbe... Lass sein... Größer... Die Friese... Einige... Pass... Mal an... Jetzt... Ist es Lügrisch... ... Schuss... ... Ich bin schon... Irgendwo... Ich bin schon... Irgendwo... Wie ich das will... ... Nein. 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 Alles klar. E. E. Gibt der Fokuhiler? Sieht man da überhaupt noch? Sieht er da gar nichts. Hm. Ist der Fries noch nicht dabei so ich es da haben will. Nein. 39er kommt bestimmt ja. Warte. Katze. Dann auf jeden Fall lange Haare. Okay. Nein. Das ist schwarz. Das sieht schon eher freudig aus. Augenfarbe. Ne. Oh. Okay. Da kann man schon eine Belangst bekommen. Mensch. Aber wir hatten denn nichts mit zusammen. Okay. Zusammengebundenen Zopp hinten. Gibt es denn sowas nicht? Okay. Das sieht mir eher ähnlich. Wundreich. Huch. Wo sind hier die megeraht frieße. Kann mir aber keiner erzählen. Dass es hier keine megeraht frieße gibt. Augen 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 Ein Badstier. Ich habe so eine Badfarbe. Huck. Guck mal so eine Narbe im Gesicht hin. Okay. Die hätten lieber mal ein paar mehr Haare, ein paar mehr Frisuren reinbasteln können. Gab es noch Cyberware? Wurde ja eigentlich nicht so einen riesen Einfluss haben auf unseren... Die Haare gefallen mir sowas von überhaupt nicht. Sieht bescheuert aus. Machen wir einen modernen Geralt draus. Der Hauttyp, der isst mir einfach zu. Der hat zu viel Farbe. So, es hältst du. Na gut. Wir machen einen modernen Geralt draus. Äh, so nicht. Komm, Sidecut. Irgend... Ja, guck mal. Das sieht doch gar nicht mal. Ja. Ja, komm, so kann man es stehen lassen. Sieht ja schon ein bisschen besser aus, wie das vorherige. Wie das vorherige. So, weiter. Konstitution. Intelligenz. Coolness. Mhm. Macht Coolness. Äh, blum, 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 blum. Konstitution. Gehen wir hier auch noch ein bisschen auf. Stärke. Hexer. Macht Intelligenz. Hypothek, Speicherkotin. Big Hex. Hex soll ganz geil sein. Hab ich schon mal sagen lassen. Coolness. Ah, braucht keiner. Coolness braucht keiner. Aber. So, schwupp. Hinein. Biomonitor-Konsole. Da, da, da. Alias. Wie. Dunder. Konstitution. Bestätigen. Und. Mal gucken wir uns jetzt eigentlich mal den Trailer an, der jetzt kommt wird. Erstmal Ladebalkensimulator. Wir kennen ihn. Da hab ich schon das Gefühl, das wird auf der alten Konsole sehr sehr lange dauern. Schauen wir mal rein. Wie erkennst du deinen wahren Wert? Fuck. Im Tod. Ah. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Johnny. Ich hab dich. Lothrock fällt. Neurogener Schock. Er stürmt. Wie? Bist du da drin? Ah. Mein Kopf. Was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City. Und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Glaubst du hast den Tod überlistet? Der Tod hat dich überlistet. Wenn du töten musst, töte. Wenn du alles niederbrennen musst, lass es brennen. Wenn du alles niederbrennen musst, lass es brennen. Ich hab dich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Das ist wie. Ich habe jetzt nicht mehrartig gebraucht. Ich habe dich nach alt. Das ist ein Leben in mir. Aber das ist sehr lebt. Das ist sehr lebt. Untertitelung. BR 2018